Hallo Leute, Raphael hier von Komobike. Direkt aus Frankfurt in der Eurobike 2022. Ich möchte euch hier die neuesten technologischen Errungenschaften in der Fahrradwelt mal vorstellen. Also bleibt gespannt und bin selber gespannt. Bis später. Wir sehen uns. Komobike forever. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 3-Tierre 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 4-Tierre 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 5-Tierre 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 Kann man das nochmal sauber machen? Wir sind aus Wien und hier kann ich hier mit der Aufmerksamkeit reinlegen. Und Aluminium nur, und Bicycles in Greece. Und es ist auch Elektrik. Was für was? Für was ist es nur für dich? Für YouTube. Oh, okay. Okay, in the spring you go. Also a long assist, you can use it here. Three modes, eco.